Oh, der geht linkern. So, warte mal, ich setze mich außen hin. Ne, schade. Tja, die Theorie hat leider nicht geklappt. Signalpistole kann man nicht auswählen, man kann auch nicht R1, L1 drücken. Ah ne, doch, kann man. Jetzt auf einmal. Was ist denn jetzt los? Warte. L1. Ne, macht er nicht. Ich kann schießen. Ne, ne, also ich kann auf jeden Fall L1 kann ich benutzen. Aber den geht er nur raus. Den will er schießen, aber ich kann die Fläger nicht abschießen. Ne, das geht leider nicht. Kann ich Granaten schmeißen? Granaten kann ich schmeißen. Interessant, aber ich kann die Fläger nicht schießen. Das ist interessant. Ja. Schade. Ich hatte gehofft, dass wir damit eine Sam ablenken können, weißt du? Wäre mega geil gewesen. Oh, hier. Das Wasser ist hier cool. Das ist ein reflektierender. So. Also, wo sind wir jetzt? Schon wieder in ein anderes Gebiet? Oder wollten wir in das Gebiet hinein? In das wollten wir, ne? Das ist das Gebiet, wo wir hinwollten, ja. Da wollten wir die Mission machen. Und zwar... Ah, okay. Zum Beispiel. Ja, da. Ah, ach so. Ach so, du hast schon eine Makete, okay. Ach so, immer noch Generator, okay. Genau. Wir haben uns am Rand aufgehalten, da dachte ich so, oh mein Gott. So wird schon wieder ein neues Mut. Aber ne, alles gut. Was war denn das gerade? Da unten stehen zwei peruanische Rebellenfahrzeuge und gerade so ein Zivilist ist da übelst reingekracht. Er hat die einfach zur Seite weggeschoben. Rechts ist ein Bergkirch. Das ist ja eins zu eins dieselbe Struktur. Also, da haben sie sich ja aber... Also, da waren sie aber ein bisschen faul. Mal ganz ehrlich, das ist doch ein und dasselbe Haus. Ist sogar gleich angebaut. Ist sogar gleich aufgebaut. Das ist das gleiche Modell, ja. Oh, da haben sie sich aber... Oh. Also, jetzt bin ich enttäuscht. Die ganze Zeit immer alles einzigartig. Und jetzt fangen sie an... Ich kann nichts markieren. Kannst du was mit dem Fernglas markieren? Ne, ich gucke ja gerade schon. Ist kein Gegner reingespawnt. Wir müssen heran. Die spawnen nicht. Wir müssen heran. Gut, dann lande ich dich auf dem Dach. Jetzt sind sie reingespawnt. Jetzt haut der Dicke ab hier. Der gerade so schön im Visier war. Die kommt zu uns. Oh, hier ist ein Mörser, ne? Ich halte die Jungs mal davon fern, da reinzugehen. Ha, die alte Dachtaktik funktioniert immer. Egal in welcher Mission. Das ist irgendwie ein Designfehler. Ist das schon mal aufgefallen? Weil man ja an jeder... An jeder Ecke... An jeder Ecke hast du einen Hubschrauber. Und du kannst dich immer oben aufs Dach gehen. Und dann ballast du von den Leuten einfach oben in den Kopf rein. Voll behindert. Okay, einer ist ganz... Einer ist unter dem Mörser. Alter, da liegen ja riesige Mörser. Damit schießen die auf uns? Das sind ja schon halbe Torpedos. Oh, Fettsäcke. Kann ich durch den Baum schießen, komischerweise. Die Kugeln bleiben an den Ästen hängen. Ich weiß auch nicht, warum. Geschafft. Das war's dann mit der Pyrolosid-Aufbereitung in dieser Gegend. Wird ein hübscher Knick in Elwes Karriere. Und er ist für die Versorgungskette des Kartells. Hört sich nach Cerveza-Zeit an. Ich werde jetzt hier so das ganze Arsenal nutzen. Ehrlich, Mann. Das schreckt mich so auf, dass diese Arschreigen mich jedes Mal mit einem Schuss wegnatzen. Kann man sagen, wie billig ist das denn? Aber egal, Leute. Genau. Ich lasse, wenn die mich mit einem Schuss wegnatzen, dann werde ich die halt zumüllen mit Mörsern und alles Mögliche. Das bedeutet, ich will doch hier nicht alle zwei Sekunden wegschießen. Ich will das Spiel doch mal genießen und nicht die ganze Zeit auf Boden liegen. So, wo ist jetzt hier dein Sammlerobjekt? Wie komme ich da ran? Ah, drei Fähigkeitspunkte. Sehr schön. Oh, du bist Level 38. Ah, siehst du? Guck mal, wir können mal gucken. Ist unser Tierlevel aufgestiegen? Oh ja. Ich glaube ja, ne? 1.500 von allem. Geil. Okay. Sehr schön. Das Problem ist aber, ich hatte 40.000 von diesen, oder 40.000 hatte ich von diesen Funkdingern. Aber ich kann mir trotzdem nichts leisten, ey. Voll arm. Ich fahre. Weil sie es leid ist, scheiß Ballons zu kriegen. Sie ist froh, dass du ihn vergessen hast. Und sie keine Ballons... Was machst du denn? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Ja, die versucht sich ganz auf mein Gesicht zu setzen. Mist. Tja, die will kuscheln. Ja, genau. Die will meinen Bart kuscheln. Ich hoffe, sie stirbt daran und piekt sich daran auf. Ja, wie so bei Mortal Kombat, wenn du die Brücke runterfällst, so aufgesteckt. Ja, genau so. Bist du so beim Date, streichelt dir deine Freundin erst mal richtig schön durch den Bart und dann so, Schatz, ja. Wieso hast du fliegen im Bart? Will ich nur Fliegenfalle fliegt's dagegen. Ja. Will ich nur Fliegenfalle. Hansari Fliegenfalle, ey. Genau. Bist du nicht ausgesprungen? Ich konnte nicht. Ich hab die ganze Zeit Viert gedrückt, aber er ist nicht rausgesprungen. Okay, ich wollt grad sagen, Alter. Wolltest du gerade prüfen, ob du Iron Man bist oder was? Ja, genau. Wahrscheinlich. Ich hab die ganze Zeit Viert gedrückt, keine Ahnung, warum ich nicht rauskomme. Alter, das ganze Ding ist exklusiv. Ich wollte dich gerade reanimieren, aber dann bist du leider in einer Mega-Explosion auseinandergefetzt. Ja, ist schön. Ich bin's ja mittlerweile gewohnt bei dem Spiel. Solche Überraschung zu erleben. Oh, warte mal. Bist du jetzt 3,3 Kilometer entfernt? Nein. 120 Meter. Wir greifen gerade sowas wie einen Hafen an. Oh, nein. Ich hab die Rebellen gebeten. Da ist noch ein Tango. Ach, das ist eine Frau. Ich wollt grad sagen, wir schleppten da so einen Sack weg. Boah, ich seh ja gar nix hier. Ich muss mal kurz Nachtsichter machen. Er macht hier wieder Selfies. Dokument rechts. Volverine. Mit deinem Wolverine. El Wayne. Wolverine. Du hast auch so ein Wolverine. Der Wunder, dass die Fliege in deinem Park will. Der hat sich Ben über Elways Hackfresse lustig gemacht. Der Wynn hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Svenja musste einschreiten. Der hat sich nach einem guten Ansatz an. Schieben Sie Elway den Mord am Leutnant in die Schule. Der Krieg. Der Wolverine zackfresse. Ich schicke Ihnen die Infos. Bowman Ende. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. Elway, das wird lustig. Ja, warte, Videosequenz. Ich schau mir das mal eben da. Ich steck mich auch mal irgendwo verstecken. Ja, toll. Jetzt habe ich X gedrückt. Jetzt hat er sich oben aufs Auto draufgestellt. Toll. Das ist Pedro Gil, genannt Elway. Und ich kenne Ihre erste Frage. Was zum Teufel ist mit dem passiert? Sie wissen, was Pyrolosid ist, oder? Ja, haben wir auch neu. Pyrolosid, Schlüsselsilbe Pyro, ist das Zeug, das in der Provinz Via Verde abgebaut wird, um aus Coca-Blättern hochwertiges Kokain zu machen. Elways Vater war Bergarbeiter. Wie dessen Vater, Großvater und dessen Vater zuvor auch. Im Grunde hatte Elway nicht viele Optionen. Bis ihm Elboquita begegnete. Willst du so richtig Geld machen? Er wollte richtig Geld verdienen. Tatsächlich war er ehrgeizig. Elway wollte Pyrolosid verbessern, um das beste Kokain herzustellen, das es auf der Welt gibt. Kennen Sie den Ausdruck, es flog ihm um die Ohren? Unseren Quellen zufolge ist Elway ein netter Typ. Gut zu seinen Arbeitern, cool mit der Uni Dutt, nur machen sie niemals Witze über sein Gesicht. Ha! Der Satz, sein Gesicht, war nicht mehr in der Videosequenz drin, okay. Ach nee! Weißt du, warum die nicht in der Videosequenz drin waren? Weil ich abgeknallt wurde! Ich liege! Ja, sicher. Ja, richtig so, weißt du, es ist eiskalt. Eiskalt, ey. Jetzt kommt er mir hier mit eiskalt, weißt du. Ich hole dir Rebellen, damit sie sie ablecken. Ernsthaft, die hätten ja das aus. Ich gehe auf den Vektors Positionen. Halleluja. Boah, der Dicke, der lebt ja noch. Ich dachte, den hast du erwischt. Fuck. Ach, du warst am Nachladen. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, sorry. Ich habe zu spät das Nachladegeräusch gehört. Hilfe! 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 Wie mir so ein nerviger Spasti, Alter. Ja, genau. Halte zwei Sekunden. Hilfe! scheiß auf die pisse man ab in den hubschrauber selbst man trat unsere schwere geschütze keine ahnung sie sehen aus wie die fettdecke das ist doch super dann sind sie endlich mal ein bisschen aufgestiegen jetzt rein eishawk er will los meine damen und herren wir begrüßen hansari an unserem bortgeschütz bitte steig sein und los geht's war hier im dunkeln ich habe gesehen dass ich ganz dicht am stein vorbei gesegelt bin beim abheben der sound ist sogar die sauter teil überlappt das ist so geil klingt dadurch verständlich ich muss sagen im dunkeln ist ja echt schlimm ach ach wir sind in dem gebiet wo dieser mega felsen ist ok ich hab da ein schönes plätzchen für dich gefunden ich werde mal mit dem mit snipern aber jetzt auch eins er weiß ja er rennt da wieder hoch weißt du ja toll ich sehe nichts keiner da doch einer tun da ist einer mit maschinenpistolen hier ist ziel nummer fünf hat laugen endlich ich habe 100 leute hat ja nur zwei jahre gedauert bis ich den erfolg in hatte ich krieg mal mit der throne rüber oh ja da sind weitaus mehr oder sogar im wunsch habe ich gar nicht gesehen ich habe jetzt hier mit maschinenpistole warte haben wir noch so ein befehlrad nicht das befehl ich wollte irgendwas anderes machen zum ablenkungsdrohne waren das noch wie konnte man das machen r1 gedrückt halten und dann auf ablenkung und dann musst du gucken wo der feil ist genau mit dem externe genau weil ich will die nicht umbringen sondern nicht dass ich weiß die drohne mit ablenkung die muss ausrüsten bei ausrüstung wurde deine waffen ausrüstest du musst du menü öffnen ausrüstung und dann willst du bei ausrüstung die ablenkungsdrohne unter ausrüstung ok ausrüstung krachmacher drohne fertigkeiten die ausrüstung nicht fertig können ausrüstung da unten geht's drohne und dann krachmacher die brauche ich nämlich gewonnen ich will nämlich was ausprobieren aber mal ich gucke hier so lange kurz die cooldown abwarten gucken ob der bisher hinkommt kommt da kommt also wenn du sie ausgebaut hast wenn du ausgebaut hast hast du fast 400 meter reichweite also definitiv ein haste abgelenkt der hat kurz geblinkt die müssen nämlich extra dahin für den großen 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 teilen genau da sind sie ja noch lange nicht du hättest mal lieber auf die zapfsäulen geschossen sagt bei dieser hat man richtig den bullet drop gesehen nur ein stück ich treffe immer genau die kante oder du musst weitaus höher schießen blöd ich glaube entweder zerschießen wir da gerade benzin oder ein wasserfass eins von beiden das ist eine blöde türen jetzt hat sie auch aktion abgeschlossen abgefertigt und das ist die gleiche die ich hatte alter hier geht es tief runter ich hole mal einen hubschrauber wenn er sehnt uns hier ich bin der pilot keine sorge mein bruder ist bei den night stalker einer der wie ich auch nicht der bruder ist ja so wenn ja jemand soll mir mal das gegenteil beweisen jetzt haben wir auch mal hier ja auch gerne einfach so mal eben vorsicht kann mich in der sequenz nicht ausgestiegen ich wette er geht uns gerne zur hand wenn wir die pyrolusie produziere welt zur ablenkung boah gettlingern rechts habe ich nicht gesehen hast du nicht gesehen ich war gerade mitten im ding modus mit dem zoom ok ja ich habe mal so weißt du ich sehe doch so wir weil du genau den toten winkel von mir was ich sehe doch wie aus deiner schulter dieser fette chip angefahren konnte ich also ok tatsächlich guck mal hier unsere typen fall ist auch gepanzerte handwies und so ja wir bisher aufgebildet ein bisschen das sind jetzt lauter fettsäcke dass die haben jetzt richtig was auf dem kasten wer ist das denn hier ist ja noch in der basis ist ja noch richtig viele ressourcen wenn ich sie mal finden würde hinten steht eine hubschrauber du liebst es die uni dazu ärgern du weißt doch ganz genau was wieder passiert bei vier stück junge die hölle bricht wieder los aber nur bei uns keine sorge kommen jetzt kann man jetzt kommt mehr grüne stein jetzt auch was ich finde ist unsere unsere rebellen sitzen in den lkws wieso sitzen unsere leute in den lkws auch nicht schlecht übrigens ein paar von den zuschauern haben unten in die kommentare geschrieben das haben sie die eine folge wo wir so übelst abgegangen sind weil die diese viele gegner kam das hatten die noch nie bei den sterne die waren richtig neidisch wir haben das nur nicht hinbekommen wir haben das versucht nachzumachen haben sie nicht hinbekommen okay also da hatten wir sozusagen meinen richtig geilen back theoretisch bei uns hat er nicht aufgehört ja vor allem du hast einen getötet und nachdem einer gestorben ist von dem vierer trupp ist ja aus dem 3 aus den drei jeweils ein neuer vierer truppe und 12 12 ja der ist da oben ich versuche die ganze zeit dahin zu kommen man muss klettern hier hier rechts am arsch der weltweite da ist ein story einsatz mehr durch den lkws auch wo er geht denn ganz genau ja ja